Hier. Zurück zum Schiff. Steigen wir nochmal aus. Hallo! Hä, was ist das da auch? Ja, die sind Ausläufer, meine ich. Das ist doch der dann, oder nicht? Das ist doch das da. Wir gehen mal aufs Schiff und segeln da hin. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich jetzt über die... Ja, tatsächlich, die Dinger sind tatsächlich jetzt fast alle auf. Da sind vielleicht noch eine oder zwei Kanonen, die fehlen. Dann haben wir alle Breitseitenkanonen schon mal. Schön, schön. In See stechen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich möchte ja nach hier. Ich glaube, das geht so nicht. Das ehrt mich, wie die Schiff. Wow. Hä, wo denn? Da. Hä, wo denn? Schön. Lasst uns Fahrt aufnehmen. Sind alle Kreuzsegel bereit? Steuern genau auf die Klippen zu. Gar nicht wahr. Ich will sie nicht schlagen und rücken. Das ist halt die Frage, kümmer ich mich jetzt um den Schatz oder nicht? Einholen! Einholen! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Das Geilste ist, wir sind jetzt auch noch... Bereit zu feiern! Bereit machen für Aufschlag! Wir halten uns jetzt noch irgendwie... Feuer! Wir hatten! Und auf den Brond! Es flackert jetzt... Feuer! Ein Wrack mehr! Alter, ohne Scheiß. Wieso ist jetzt hier ein Sperrgebiet? So. Okay! Kommt das ja auch noch raus? Hilf mir hier mal! Lass wir uns nicht rammen, Käpt'n! Lass mich meinen Hufen auf! So! Nichtsdestotrotz, wo ist das nicht sofort da? Wie fühlt sich das an, ne? Feuer! Ja, Käpt'n! Das ist Gerät! Es ist Feuer! Was? Zurück! Wir werden uns aufgetroffen, Käpt'n! Feuer! Wir haben uns aufgetroffen! Feuer! Wir haben uns aufgetroffen! Wir haben uns aufgestattet! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Na, gut, als Greifer könnte es wieder anliegen! Feuer! Fände ich jetzt ein bisschen unverschillend, ne? Feuer! Schicht, ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Arbeiten dran! Feuer! Wir werden über die Hand... Segelsatzen! Verdammt, bist du feuer! Oh, der wird schon so nah am fort! Feuer! Wir wurden touchiert! Wir sind zu nah dran, Käpt'n! Bring uns weg! Feuer! Gegner, Feuer! Wir werden die Haken fliegen und entern, Sir! Feuer! Oh! Wollt ihr gern schwimmen? Feuer! Ja! Ja! Wieso? Was ist mit euch, ey? Bereit zu feuern, Käpt'n! Feuer! Oder sind wir gerade ins Sperrgebiet rein? Geht, du Gegner, feuert! Das kann sein, dass wir gerade ins Sperrgebiet auch schon wieder rein. Feuer! Schieß! Feuer! 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 Ich bin super gut verklebt! Feuer! Runter auf den Grund! Feuer! Ein guter Treffer, Kürziger! Vielleicht sind wir Fischfutter, Käpt'n! Wir sind schwer geflossen! Wir gehen gleich runter! Feuer! Ha ha! Vorsegel setzen! Ich sehe nichts! Sind wir nichts zu setzen? Hört ihr? Feuer! Oh! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Wir können sie entern! Runter auf den Grund! Boah! Bereit zu feiern, Sir! Was war das denn? Wieso? Wieso? Weshalb? Blut und Verachtung! Glaubt, die Spiegel ist zersplittert. Was auch mit dem Pulver, Duffy? Alle Segel, sie verdreicht das! Mehr Segel! Gebt mir mehr Segel! So. Greifst du uns jetzt auch an? Ja. Feuer! Da ist sie! Feuer! Die Böge! Sieht nach einer Fregatte aus! Spanier! Noch mehr von den Hunden! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Was sie dafür bezahlen! Sind bereit zur... Feuer! Da, Käpt'n! Da sind sie am empfindlichsten! Team Mann! Komm schon! Gegner, feuert! Feuer! Ja! Breit! Verstung, Edward! Ich weiß nur nicht! Das hat Feuer! Feuer! Ich will die Beute noch haben, Mann! Alles setzen und schafft zum Wind ausrechnen! Pass doch auf! Feuer! Das ist ganz schön anstrengend, als sie nicht vorzukommen. Feuer! Das ist ganz schön anstrengend, als sie nicht vorzunehmen! Feuer! Da, Käpt'n! Das ist Feuer! Das ist Feuer! Der hat uns voll erwischt! Auf, Geil! Nehmt Druck vom Baum! Sie präsentieren sich! Gegner, Feuer! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe, Käpt'n! Keine ohne Waffe! Feuer! Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso leuchtet das schon wieder so? Nein! Sie entern, Käpt'n! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Käpt'n! Das Schiff bricht im Zweifel! Feuer! Das hat Schaden angerichtet! Beeilen uns! Sind bereit, Sir! Lauter tremmen! Alle Segel einholen! Bleibt standhaft, Jungs! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Macht euch bereit! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe, Käpt'n! Feuer! 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 Klar zum Entern! Feuer! Boah! Ein Wrack mehr! So, das Blöde ist, ich muss jetzt einmal, äh, ein Schiff entern, um mein eigenes Schiff mal eben zu reparieren. Wir werden enthalten, wir stoßen zusammen! Wir werden an die Beute! Boah! Ich will doch nur an das Furt kommen! Drehbast'n abfeuern, ja. Ich würde die ja abfeuern, wenn ich irgendwen sehen würde. Oh, da ist das Feuer vor. Oh, da ist das Feuer vor! AAUGH! 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 Oh ja, ich hab lange nicht mehr gespielt. Ich merk's. Alter, wieso ist es überhaupt... Oh ja, ich hab lange nicht mehr gespielt. Uh oh. Oh my god. Wir haben nicht verstanden. Close, close. Close. Close one. Nein, ich hin... Oh fuck. Oh, ich wollte doch die... Ich wollte doch mein Schiff reparieren. Ups. Hehehe. 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 Wie viel Metall haben wir jetzt schon wieder? 170. Ach Leute, das geht ganz gut eigentlich, das Sammeln. So viel Segel wie ihr könnt! Passt auf! Setzt Hauptrahmen und Marssegel! Ich würde ja gerne mein Schiff reparieren. Wir haben den Käpt'n gehört! Wir nähen uns einem Vorher, Käpt'n! Oh. Springt jetzt, wenn ihr eure gelben Häute wetten wollt! Du hiffren Lapp! Feuer! Da ist sie am schlechten, Käpt'n! Eintreffer und wir liegen bei Davy, Käpt'n! Ach, Eintreffer? Ja! Ja, ich weiß! Ausweichmanöver! Feuer! Da, Käpt'n! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Bereit zu schießen? Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Käpt'n! Feuer! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe, Käpt'n! Komm, Segelraffen! Feuer! Wir mögen Käpt'n! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Das Schlimmer ist, wie ich mein Schiff gerade drehen... Los, Segel setzen! Feuer! Vielleicht gehen sie auf sich schon, Käpt'n! Setzt jeden Zoll Segel! Die Schießt auf uns! Feuer! Ober- und Brandsegel vieren und dicht holen! Da sind sie verbunden, Käpt'n! Feuer! Bei dem Turm ein Ende, Käpt'n! Feuer! Wir waren das Volk aus! Feuer! Erwarten Befehle, Käpt'n! Was? Feuer! Feuer! Oh, oh! Wieso kommt der da, Käpt'n? Wieso kommt der da, Käpt'n? Der Mittel stimmt doch nicht! Feuer! Feuer! Da kommt der, Käpt'n! Feuer! Das Schlimmer ist jetzt, dass der Schuss... Feuer! 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 Nein! Sie haben wirklich gekannt, er ist gerade viel erreicht! Oh mein Gott! Ach! Das hatte so wunderbar funktioniert! Das ist ja ein Pille-Paladie, dieses Fort! Wenn, ähm, gar nicht so viele Schiffe wären! Aber jetzt haben wir zum Beispiel den ganzen, den wir gerade eingesammelt haben, der ist uns gut gerechnet! Gefechtsräumt! Wollen Sie, Käpt'n? Das Schöne ist... Feuer! Schießt da hin, Sir! Wir können natürlich auch einfach mal das angreifen, was diese Scheiß-Rother... Du wirst uns versenken, Kenway! Feuer! Feuer! Die können uns sehen! Wir müssen ausweichen! Feuer! 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 Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer! Ups! Hala, ey! Konzentrier dich aufs Ruder, Käpt'n! Hä? Wieso rudern wir... Hallo? Ich drück nach links die ganze Zeit? Alles vorüber! Feuer! Feindliche Segel! Mehr von denen! Da ist ihre Schwachstelle! Ha, 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 ha! Die schießen auf uns! Die schießen auf uns! Choder! Spanische Flagge! Allein zu sein zu... Feuer! Feuer, Käpt'n! Da, Käpt'n! Eine Seile genau da rein! Ja! Bereit zu feuern! Feuer! 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 Ha, ha, ha! Wir müssen diese Türme treppen! Feuer! Schießt da hin, Sir! Ey, ich will grad nur so drehen, ne? Aber funktioniert mal wieder alles nicht. Feuer! Dort ist die Verbundlichkeit! Kannst du mal bitte irgendwie segeln? Bereit zu Feuer, Sir! Vorsicht! Wir prallen zusammen! Mit was prallen wir zusammen? Bei Magix stumpf, ihr werdet bluten! Feuer! Bei Magix stumpf, ihr werdet bluten! Feuer! 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 Dort ist sie verbundbar, Käpt'n! Ja! Okay. Feuer! Feuer! Na, nur ein gut embellierter Schuss! Cool! Nein, du kannst bitte weiter segeln! Wir sind... Auf dein Zeichen, Käpt'n! Ein Sturm, Käpt'n! Sieht schlimm aus! Alle Segel, sie vertreibt das! Das Problem ist, wir kommen grad voll ins Visier der Schiffe. Deswegen segeln wir mal einmal so. Und dann... Versuchen wir das fortzuereichen, bevor die uns, äh... Los, reise! Reise schnell! Jackdor! Boah! Es sind ganz schön viele Schiffe hier unterwegs, ne? Einholen und aufgehen! Boah! Bergen und festzuhren mit aller Kraftmänner! Dockt ihr gerade an oder dockt ihr nicht an? That's the question! Puh! Naja, wäre das auch geschafft. Jetzt noch hier ein bisschen durchballern, das... Das geht auch vollkommen. Easy! Easy geht das jetzt ein. Uchala! Natürlich, der Eingang, wie... Wie sollte es doch sein? Immer verschlossen, wir müssen wieder drei Leute töten. Wenigstens gehen hier keine Kuhmitglieder von uns drauf. Was eigentlich übrigens sehr, sehr komisch ist. Ich bin nicht auf den Sack und du, die kannst du auch nicht. Du darfst gerne weiterlaufen. Oh, viel Praktik! Ich sehe nichts, aber... Ich sehe absolut gar nichts, aber... Wieso rennt denn der jetzt weg? ... Ähm... Nein. Da runter springen... Das wäre jetzt nicht so cool. Ähm... Vielleicht hier. Oh, fuck! Hätt ich ja meinen Ziel fast töten können! Hä, wieso? Oh, mein Gott! Oh mein Gott! Gebt alle auf! Oh, schön! Fragment! Warum muss ich? Es ist so nass! Es regnet alles! Es ist alles nass und ekelhaft und ich blick überhaupt nicht durch! Ich hab halt noch irgendwelche Säcke am Arsch! Und die wollen mich töten! Und man muss natürlich immer für anonym werden, bevor man geht, ne? Genau! Aber funktioniert! Puh! Dass sich keiner davon wehrt, das finde ich unglaublich! So, mein Gott! Oh Gott! Wir haben endlich alle Forts einges... Wow! Eingenommen, eingesammelt, wie man das auch beschreiben möchte! War eigentlich jetzt letztendlich nicht so schwer! Unser Schiff ist aber auch, glaube ich, schon so krass mittlerweile! Das ist echt... Wir sind jetzt auch Burgherr, weil wir jede Burg haben! Beziehungsweise jedes fort! Und die letzten... Oh, noch zwei Tauchglocken! Nein! Aber die letzten Fragmente und die Dinger sind aufgetaucht! Eine Insel und eine Stadt noch! Ja! Gut! So, wenigstens wieder Missionen! Musst du unerwünschte Aufmerksamkeit loswerden! Alle an Bord! Was haben wir denn? Seid gegrüßt, Freibäuter! Es ist Zeit, sich gegen dieses spanischen Schmuggler zu erheben! Obwohl die Besatzung vorgibt, auf Befehl der spanischen Krone zu handeln, besteht die Ladung, dass dieser Schiffe tatsächlich nur aus schändlicher Schmuggelware und Konterbande... Konterbande... Okay! Werdet ihr mir helfen, diese Gefahr zu beseitigen? Unterzeichnet Milio van der Graf, erbarer Kaufmann und... Natürlich! Alle spanischen Frigate... Willst du in Frieden leben? Necessita ayuda, Caballero? Ähm... Kaufen! Munition! Mörsergeschosse? Oh! Wir haben es tatsächlich mal sogar geschafft, ähm... Hier, äh... Mit den Feuergeschossen eigentlich... Mit den Feuergeschossen... Mit den Feuerfessern so... Ähm... Gut zu hantieren! So, wir kaufen... Verkaufen mal unseren ganzen Zucker für ein bisschen Geld! Nur 5900 Real und der Rum, der geht natürlich auch weg! Okay! Okay! Das eine Fragment, das haben wir ja schon mal eingesammelt! Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen... Wie geht's denn hier hoch? Beziehungsweise wo geht's denn hier hoch? Ach, tatsächlich hier! Nö... ich muss eigentlich nicht verschwinden! Ich find's eigentlich... Ich glaub, ich werd... Oh! V как denn jetzt umgebracht? Oh nein! Aber gut! Er hat sich noch gerade retten können! Ähm... Ganz ehrlich, ich werd' mein Bekanntheitsgrad wahrscheinlich erstmal nicht runter machen. weil dieser Bekanntheitsgrad, der sorgt dafür, dass ich ganz schön gut und viele Sachen einsammeln kann. So. Beziehungsweise, dass ich gut an Materialien komme. Weil dann kommen ja immer diese coolen Piratenjäger und... Oh mein Gott, ey. Ah, das war doch richtig. Badadadab! Badadab! So. Animus-Fragmente. Boah, wir müssen jetzt bald keine Animus-Fragmente mehr einsammeln. Dann haben wir, glaube ich, das... Dann haben wir echt alle! 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 Auf die zwei Taucherglocken bin ich persönlich sehr gespannt. Ich wusste doch, dass sie irgendwie noch weiterging, als ich mir... Als ich gerade dann auf die Zähne getötet habe. So. Hoppala. Auf die diesen Kanal. like- Vielen Dank.